herzlich willkommen bei flofunk tv2 in der reihe auf ein wort zur weltweiten corona pandemie 2020 21 und ein anderer blick darauf heute mal was persönliches zum anfang tagebucheintrag vom vierten mai gegen 16 uhr betrete ich eine straßenbahn und setzte mich allein in die erste vierer gruppe direkt hinter der fahrerkabine der fahrer gönnte sich noch einen kleinen moment auf dem bahnsteig für ein paar zigarettenzüge dabei gab er mir durch das fenster ein zeichen mit meiner op maske auch meine nase zu bedecken was ich kopfnicken sofort tat weil ich nach dem spurt zur bahn noch etwas außer atem war trug ich sie für einen kurzen moment unterhalb der nase vor und hinter mir befand sich niemand auf der anderen seite saß eine zweite person ich habe das hier so in der abbildung mal dargestellt da betrat der fahrer 40 plus den fahrgastraum und herrschte mich 70 plus an sie tragen keine ffp2 maske eigentlich müssten sie sofort aussteigen aber ich nehme sie ausnahmsweise noch mal mit wenn sie erwischt werden kostet das 150 euro sprach und fuhr dann los die korrekt maskierte frau 30 plus nebenan legte mir freundlich zu und sagte sie werde ständig von leuten angesprochen weil ihre kleine tochter fünf jahre im supermarkt keine maske trage und das will sie auch nicht damit war ein kurzes gespräch über den herrschenden wahn gegenwärtig eröffnet beim aussteigen gaben wir uns die hand und wünschten uns gegenseitig alles gute so oder so ähnlich wie dieser mutter ergeht es wohl derzeit hunderten millionen von menschen weltweit was denken ihre kleinen mädchen und jungen an der hand ihrer mütter und väter dann so zurück zur geschäftsordnung aktuelles unbedingt lesen oder hören nachdenkzeiten tobias riegel impfen die tagesschau und viele andere stellen die debatte um grundrechte auf den kopf kann man sich auch als podcast anhören dann haben wir gestern erfahren neuerliche impfung meldet das ORF neuerliche impfung im herbst geplant in israel ist es bereits fix und auch großbritannien geht die planung nun an um eine neue welle der covid pandemie im herbst zu verhindern sollen bereits geimpfte dann erneut geimpft werden ja in großbritannien ab über 50 im herbst ja dann meldet bild die angst mache mit den intensivbetten wie der chef der intensivmediziner den kollaps den kollaps prophezeite also bild prangert an auf der grundlage welcher fakten informationen also man muss ja dem chef zur seite springen da dem krankenhaus in den nürnbergs kliniken laufen über überlasteter rettungsdienst aufnahmestopp ein ende der welle ist nicht abzusehen die 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 kranken transport ist heillos überlastet wir kommen nicht mehr nach die notfallrettung fährt der waren an manchen tagen auf kante berufsfeuerwehr muss einspringen als ersthilfer achso das war im februar 2017 okay ja dann machen wir mal weiter also auf welcher basis kritisiert bild hier den intensivmediziner chef auf dieser basis ja am 30 april pressemitteilung des bundesministeriums für gesundheit analyse zum leistungsgeschehen der krankenhäuser und zur ausgleichspauschale in der coronakrise gute patientenversorgung auch in der coronapandemie stets gewährleistet instrument der freihaltepauschale zur sicherung der krankenhäuser wirksam die stehen die dabei stehen krankenhäuser die in besonderem maße für die sicherstellung der intensivmedizinischen versorgung der bevölkerung und der behandlung von kobe 19 geeignet sind im mittelpunkt der unterstützung der beirat hält es für notwendig aha jetzt kommt das war der auftrag dass die ausgleichszahlung über den 31 mai 2021 hinaus verlängert werden also corona war nie eine gefahr ich habe das natürlich mal nachgeschaut was kann man denn darüber lesen über diesen bericht wo wurde er immer kommentiert das magazin für nachdenkliche in bewegten zeiten hat es getan corona war nie eine gefahr die mitglieder des beirats betonten dass die pandemie zu keinem zeitpunkt die stationäre versorgung an ihre grenze gebracht hat so trocken kann das fazit der analyse des beirats der bundes des gesundheitsministeriums klingen die belegt dass es nie eine epidemische notlage von nationaler tragweite gegeben hat und somit alle maßnahmen verfassungswidrig waren die erhebung des rwi leibniz instituts widerlegt das pandemie narrativ in mit dem die regierung des bundes und der länder in die krise stürzen und gibt den kritikern recht dann wird der bericht weiter auseinander genommen und ich mache es kurz kann man ja alles noch nachlesen wenn man die zeit und die ruhe hat im resultat sank die betten auslastung auf ein allzeit tief von 67,3 prozent und 68,6 auf den intensivstationen dies berücksichtigt bereits die versorgung der kurve 19 patienten für deren stationäre versorgung im jahresdurchschnitt unter berücksicht der überliga zwei prozent aller betten und knapp vier prozent der intensivbetten benötigt wurden natürlich mit zeitlichen und geografischen spitzen für die von der merke regierung immer wieder behauptete bedrohung des gesundheitssystems kommt die rwi analyse zu einem klaren urteil die mitglieder des beirats betonten dass die pandemie zu keinem zeitpunkt die stationäre versorgung an ihre grenzen gewacht hat laufpass noch nie gehört aber wenigstens gefunden diese pressemitteilung da müssten doch jetzt eigentlich hier noch mal ja der bericht zum runterladen ich glaube sind auch 60 seiten oder so in dem dreh sehr gut erklärt auch für laien gut verständlich leistung und erlöse zum beispiel hier auf dieser seite von krankenhäusern in der krone krise anzahl also behandlung in zusammenhang mit kobe 19 anzahl der fälle insgesamt 172 248 anzahl todesfälle 17,6 prozent der anteil 30 307 todesfälle lag bei 17,6 prozent die anzahl der im krankenhaus verstorbenen betrug damit rund 75 prozent der gesamt circa 40.000 laut rki bis zum 31 12 an oder mit kovid 19 verstorbenen ja bei diesen zahlen was würde denn der herr nun dazu sagen na gut also aber müssten dann nicht alle leitenden tonangebenden medien im lande diesen bericht aufgreifen um das narrativ der regierung und der virologen und wissenschaftler wenigstens mal in frage zu stellen ich habe mal geguckt ob es da irgendwie wie die reflektion über google in der suchmaschine aussieht wo da die renommierten medien sind nichts also das katholische auch noch nie gehört vorher das katholische ein magazin für kirche und kultur schreibt über eine überschrift beirat des bundesgesundheitsministeriums zertrümmert mit einem satz die gesamte coronapolitik das ist ja mal eine schlagzeile aber ich kenne die reichweite dieses blattes oder dieser internetzeitung nicht report 24 wer ist das keine ahnung regierungspapier deckt kapazitätslücke auf nur vier prozent auslastung durch kurve 19 ist da auch eine schlagzeile aber nur da nirgendwo also plus minus hat das thema mal behandelt und zwar eben im dezember anfang dezember letzten jahres und zwar haben die aufgegriffen den den punkt dass die bundesregierung also das gesundheitsministerium im jahr 20 so im frühjahr angefangen hat die krankenhäuser zu motivieren mehr intensivbetten aufzubauen und dann gab es für jedes haus pro bett 50.000 euro pro bett und dann hat plus minus recherchiert und hat gesagt ja guck mal an und im august das schon 10.000 betten mehr also 10.000 betten mal 50.000 da kommt ein hübsches sümmchen zusammen allerdings haben sie natürlich nur die betten aufgebaut pflegepersonal für diese betten gab es nicht mit anderen worten das war eine nullnummer oder man kann auch sagen in betrügerischer absicht oder so ja damit hat 626 millionen euro den häusern beschert die natürlich die intensivbetten vorhielten um das geld zu kassieren aber ohne pflegepersonal das ist ein ding finde ich und dann ist man dazu übergegangen dass jetzt nur noch am rande man hat dann im herbst 2020 ist man dazu übergegangen nicht das mehr zu honorieren sondern die häuser die häuser zu honorieren mit extra covid 19 bonus wenn sie 75 bis 100 prozent ihre intensivbetten auslasten daraufhin haben viele krankenhäuser bundesweit ihre intensivbettenzahl drastisch runtergefahren um an die 75 bis 100 prozent grenze zu kommen um dann wieder abzuräumen also mal so mal so ja aber es lohnte sich eigentlich eine genauere betrachtung dieser ganzen dinge in unseren einschlägigen qualitätsmedien und investigativen journalisten dann etwas auch bei corona docs immer wieder eine fundgrube ich finde auch täglich schaue ich mal rein und diese beiträge hier sind in großer zahl auch über corona docs möglich geworden weil ich da viele quellen gefunden habe auf die ich mich hier beziehe spike protein schädigt die zellen ein aufklärungsblatt des rki gibt aufschluss darüber das ist das aufklärungsmerkblatt da schreiben sie auch die bauanleitung in den m rna impfstoffen gegen covid 19 ist eine bauanleitung für einen einzigen baustand des virus das sogenannte spike protein enthalten die covid 19 m rna impfstoffe sind ja keine impfstoffe sag ich mal enthalten keine vernährungsfähigen impfviren das heißt geimpfte personen können auch keine impfviren auf andere personen übertragen ja das können sie nicht allerdings corona ist gar keine atemwegs erkrankung schreibt rtl auf basis dieses berichtes aus sicht der forscher ist covid 19 eigentlich eine gefäß erkrankung und das erklärt auch warum die dame die gestern bei maischberger auskunft erteilt hat sie arbeitet 40 jahre in der intensivmedizin in der uni klinik köln und sagt sie habe das noch nicht erlebt dass patienten auch jüngere reinkommen und das virus eben nicht nur die lunge angreift was man bei coronaviren eigentlich bisher so wusste sondern sie gehen an andere organe an die leber an die nieren ans herz also sie zerstören sozusagen systematisch die organe des menschen das wird aber bei rtl sofort naja sagen wir relativiert indem der sagt also das ist nichts neues das wissen wir schon länger coronaviren können sowas machen sie greifen eben auch andere organe an ja also es ist eine gefäßerkrankung das könnte man ja nun auch mal ein bisschen näher beleuchten aber es wird eben nicht viel darüber zu gesendet oder gedruckt das pseudovirus führte bereits am tiermodell pseudovirus am tiermodell zu einer schädigung der lunge und der arterien ein beweis dafür dass das spike protein alles ausreichte allein ausreichte um eine krankheit zu verursachen braucht dass sie kein virus sondern das reicht das bei protein und die pharmazeutische zeutische zeitung geht dann etwas näher daraufhin eine fachzeitschrift für das für der deutschen apotheker das spike protein als super antigen könnte als eine art super antigen fungieren eine überreaktion des immunsystems provozieren er weist starke strukturelle ähnlichkeit mit einem bekannten bakteriellen super antigen auf das berichten us amerikanische forscher im fach sogar fachjournal pn a s und weiter dort im text bei der pharmazeutischen zeitung ja toxisches schock syndrom immunsystem erreger abwehrzellen werden stark aktiviert etwa durch super antigen ja um zu untersuchen ob aus rasgolf 2 ein solches super antigen aufweist haben forscher und professor dr marion jing chang von der university of pittsburgh school of medicine die interaktion zwischen den spike protein des virus und humanen t-zell rezeptoren mit hilfe eines computermodells analysiert die analyse zeigte dass eine region des spike proteins mit super antigen eigenschaften mit t zellen interagiert das war schon oktober 2020 diese region hat den strukturen aminosäure sequenz ähnliche ähnlichkeit in starke ähnlichkeiten mit dem staphylokokken enterotoxin b einem bakteriellen protein das ein toxisches schock syndrom auslösen kann und weiter was auf einen super antigen effekt hinweist ja ein teil der spike proteins als super antigen könne so agieren und sowohl bei den einigen erwachsen beobachteten psychosturm als auch das bei kindern neu identifizierte multisystem inflammatorisches syndrom msc auslösen könnte ja das super antigen so schließt der bericht das super antigen ähnliche motiv sei in anderen coronaviren nicht vorhanden was das besondere potenzial von sars kov 2 erklärte zykotinsturm und msc auszulösen da denke ich mir hat es sich mutternatur nun offenbar anders überlegt nach jahrmillionen brauchen viren keinen lebenden wirt mehr jetzt wurden sie darauf programmiert den wirt zu töten danke fürs interesse und in der nächsten folge dann noch etwas zu der zu dem künstlerischen projekte alles dicht machen ein paar gedanken noch dazu bis dann tschüss Vielen Dank.